Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Beyond Two Souls Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wie Black Games for You. Ja. Und wir sind hier auf Mission, haben schon einiges erledigt hier und ich glaube langsam, so wirklich zum Prolog werden wir wohl niemals kommen. Und wenn der Prolog nur der Anfang vom Ende ist, quasi, dann weiß ich aber auch nicht. Es kann natürlich sein, dass wir den Prolog schon gemacht haben und der deswegen angezeigt wird, wozu ich gerade tendiere sogar. Und das ist einfach nur, alles hier Sachen sind, die wir bisher erledigt haben. Und wenn hier der Strang 100% abbildet, dann sind wir, würde ich sagen, bei 63%. Pi mal Daumen. Oder vielleicht sogar schon 70%. Na, 70%? Ich sage aber 65%. Müssten wir ungefähr haben vom Spiel. Na komm. Wenn er nicht so lange laden müsste. Wir sind ja jetzt in dem Hotel angekommen und haben festgestellt, dass dort gar keiner mehr ist. Frage ist, wo sind sie hin? Wie finden wir raus, wo sie hin sind? Und dergleichen ist ja hier doch noch das eine oder andere zu erledigen. Das auf jeden Fall. Na komm, hier. Was soll denn das? Kann ja wohl nicht sein. Ist auch lustig, wie es die ganze Zeit hin und her springt. Alt, jung, nicht so alt und so weiter und so fort. Mal im Krieg, mal obdachlos, mal hast du nicht gesehen, mal in der Wüste, mal als keine Ahnung was. Ich meine, das ist ja ganz nett, weil es immer mal ein bisschen abwechselt. Ist ein bisschen wie der Puppenspieler, wo alle 5 Minuten irgendwie was Neues passiert. Übrigens auch ein gutes Spiel. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, haben wir ein Let's Play davon. Na komm schon. Gibt's ja wohl nicht. Na, jetzt. Aber. Nehmen wir mal Eiden. Ob es irgendwie irgendwas gibt, womit wir rausfinden können, wo die sind. Hier tatsächlich eventuell. Oh, es kommt. Gehirnwäsche mal wieder. Wir können doch gar kein Afrikanisch. So, die nächste Infos. Die sind auf jeden Fall untenrum weggegangen. Jetzt gucken wir uns da hinten noch den einen Spot an. Ah hier, was ist das Blut? Ah, wohl, dort hin sind die. Wir sind bei einer Kathedrale. Da ist einer in der Nähe. Die sollten wir leicht halten. Cool. Jetzt gucken wir uns aber nach Möglichkeit noch den Punkt hier an, falls es geht. Können wir hier rüber? Und hüpfen. Komm, den schalten wir fix aus. Ich gucke, wenn wir bei denen was mit Eiden machen. Das sind zu viele. Vielleicht kommen wir hier rum. Wir will quasi über das Gebäude gehen. Geht anscheinend doch nicht. Wie sollen wir denn bitte an denen vorbeikommen? Ah, übers Dach. Das kann es natürlich sein. Und rüber. Nochmal rüber. Und hoch. Die Kampfmaschine. Das gibt es überhaupt kein, was die alles mitmachen musste. Im Krieg und hast du nicht gesehen. Oh shit. Und ausschalten. Wahnsinn ey. Aber bleibt einem wohl nichts anderes übrig bei so einem Leben. Wo müssen wir denn hier rum? Da können wir nichts machen. Da auch nichts. Hier könnten wir was machen. Den choken wir mal. So. Da sind die Wachleute. Ist ein bisschen gefährlich. Ich habe gerade keine Ahnung. Wie, worum und überhaupt. Oh shit. Das war ja mal geil. Erstmal umgucken. Solid Snake müsste so jemanden haben. Wie Aiden. Generell muss ich sagen. Ich finde das schon ganz gut gemacht hier. Oh, da ist einer. Scheint aber auch erstmal nur einer zu sein. Wo ist diese Kathedrale? Okay. Dann eher dorthin. Gucken wir uns mal genauer um. Da irgendjemand ist. Ah, okay. Wir versuchen uns da mal hinzuschleichen. Und ausschreiben. Und ausschreiben. Boah, Glück haben wir uns vorher umgeguckt. Das sind lauter Frauen, ey. Wenn ihr guckt, was mit deinem Freund los ist, ey. Wo ist der hin? Ist der weggerannt, oder was? Wo ist der hin? Denke wir müssen hier rum. Was ist da? Typen. Ah, gut. Ach, Dülham! Hat jetzt gar nicht so richtig geklappt. Was ich vorhatte. Dann gehen wir mal da hin. Hier rüber. Und da ist die... Und da ist die... Kathedrale. Einige Leute. Was macht ihr denn da, ihr Spinner. Okay. Was können wir hier machen? Hier gibt es nicht wirklich was? Gut, dass sie weggefahren sind, ey. Sie waren hier. Okay, da vorne ist schon mal ein Punkt. Jetzt müssen wir uns ansehen. Irgendwelche Flyer. Das Problem, was ich habe, ist, ich verstehe nicht, was er sagt. Am Ende redet er nur von Frieden und Co. Wo kommt das Blut her? Zu dem Turm sind sie jetzt, okay. Minaret, okay. Gegen wen kämpfen die denn da? Und warum? Wo müssen wir jetzt hin? Oder wie kommen wir da hin? Besser gesagt, wo wir hin müssen. Da hinten müssen wir hin. Umgucken. Ja, tolle Wurst. Vielleicht ist es schlauer, durch die Kathedrale zu gehen. Wir probieren es auf jeden Fall so. Wir probieren es auf jeden Fall so. Äh... Äh... Äh, was ist denn das? Woher kommt das komische Geräusch? Beziehungsweise diese Schmerzensbekundungen. Da hinten, okay. Du bist verletzt, ich will dir nur helfen, ich komme jetzt zu dir, du, nicht, nicht schießen. Okay, gut. Ja, dann helfen wir ihm doch. Wir müssen es, glaube ich, hier über die Wunde nochmal legen, damit wir das gute Heilung hinbekommen. Oh. Hast du geklappt? Ich glaube, ja. Ja. Tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Ja. 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 Oh, shit! Den haben wir Den choken wir Los kommt, Vader choken Den haben wir Erst müssen wir gucken ob noch andere Leute hier sind, da ist einer zum Beispiel Den haben wir auch ausgeschaltet Vielleicht können wir von hier aus ran Und übernehmen Jawoll, einen Zack, fängt die Komm Wir müssen hier weg, bevor noch mehr kommt Oh Wie er lacht, ey der Arsch Der hat ja eine Machete oder sowas Meine Fresse ey Warum zur Hölle muss ich ein Messerkampf bestehen? Nein, nicht bewusstlos werden, was soll das denn? Okay Ja ja, alles gut Ist okay Schon okay Mir geht's gut Wir sind ein verdammt gutes Team, oder? Salim He Wir haben alles gemacht, erinnert Die Sonne geht auf Jetzt wird es schwer hier nicht entdeckt zu werden Der Turm Der Turm ist da drüben Ja Ja Er kennt den Weg Das ist relativ dann Ach Doc Oh shit. Panzer, ja leck mich doch. Gehst du mal? Hülse grad werden. Wir können uns ja lieben doch nicht alleine hier rumlaufen lassen. Und warum müssen wir als CIA Agent eigentlich hier Kriegshandlungen unternehmen?